Hallo zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem, ja, kleinen Video über Steam of the Year. Es wird demnächst released werden und zwar natürlich auch in Ultimate. Hier aber zunächst einmal möchte ich mal kurz meine Meinung dazu äußern und euch nach eurer Meinung fragen. Heute keine FAQ, schaffe ich nicht mehr zeitlich das zu uploaden. Allerdings, naja, wir können ja auf jeden Fall mal hier ein bisschen darüber diskutieren, wie ihr das seht, wie ihr das seht. Bisher bei der Gala beim Ballon d'Or, wenn ich das hochgeladen habe, wird es schon vorbei sein. Ich mache das gerade, während der Fair Play Award oder sowas vergeben wird an das Komitee von der WM oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall zieht sich das gerade ein bisschen lange hin und deswegen erzähle ich euch jetzt mal meine Meinung zum Team of the Year. Und naja, wir fangen natürlich an im Tor. Manuel Neuer muss mal nichts zu sagen, denke ich mal. Es ist vollkommen verdient. Und dann kommt die Verteidigung. Und da kam der erste Mindfuck für mich, beziehungsweise die ersten beiden irgendwie. Und zwar besteht sie aus Ramos und Lahm vollkommen okay. Alles in Ordnung. Thiago Silva und David Luiz. Also gut, also Thiago Silva kann ich in gewisser Weise noch nachvollziehen. Ja, ist kein Thema. Der hat eine gute Saison gespielt, hat eine gute WM an sich gespielt. Und ja, David Luiz. Sagen wir mal so. Es gibt einen Grund, warum er reingewählt werden konnte. Ja, und das ist das Interview nach dem 1 zu 7. Dieser Mut, den er gebracht hat, hat wahrscheinlich sehr vielen Journalisten und auch Mitspielern imponiert. Und deswegen, ja, kann ich mir das halt vorstellen. Andererseits, ja, er hat halt einfach nicht wirklich gut gespielt. Und deswegen würde ich gerne wissen von euch, was ist eure Meinung dazu? Ist es verständlich, dass die Leute ihn da reinwählen, weil er halt so imponiert hat durch diesen Mut? Oder er hätte ein anderes mehr verdient wie Boateng und Godin? Also in meinen Augen hätten es die anderen natürlich mehr verdient. Aber naja, was willst du machen? Gut, Ramos und Thiago Silva, wie gesagt, sind vollkommen okay. Lahm auch. Boateng hätte es meiner Meinung nach ein bisschen mehr verdient als David Luiz. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel mehr. Godin, Kompany. Also er hat viele sehr viel bessere. Aber gut, es ist halt im Endeffekt David Luiz geworden. Kann man nichts gegen machen. Wird ordentlich nice sein in FIFA die Karte und wird auf jeden Fall ordentlich spielbar sein. Eigentlich auch sehr, sehr teuer, wie geht die gesamte Defensive. Das Mittelfeld besteht aus Di Maria, Toni Kroos und Andres Iniesta. Auch bei Iniesta kann es nur aufgrund dessen sein, dass der Junge halt einfach ein extremes Standing bei Journalisten und bei seinen Mitspielern, beziehungsweise allgemein mit den Profis hat. Denn seine Saison war nicht sonderlich gut. Seine WM war einfach schlicht gesagt scheiße. Er hat mit Spanien nichts erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Und deswegen verstehe ich nicht, dass er drin ist. Bei Di Maria, er hatte klasse Saison gespielt bei Real Madrid im Champions-League-Finale. Großartiges Gleischen bei Man United auch einer der besten Spieler in der Saison bisher gewesen. Also er vollkommen verständlich und groß. Naja, wurde zum Nationalspieler des Jahres gewählt, deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber beispielsweise hätten es meiner Meinung nach Touré, Modric und noch einige andere mehr verdient als ein Andres Iniesta. Naja, das ist halt immer so ein bisschen, naja, Meinungssache. Und wie gesagt, es kommt dann auf die Journalisten und Profis an. Aber auch dazu natürlich eure Meinung in die Kommentare. Beim Sturm muss man, denke ich mal, nicht drüber diskutieren. Ronaldo, Messi und Robben, ja, alle vollkommen gerechtfert. Ibrahimović war noch zur Auswahl eventuell, zumindest für mich. Aguero eventuell. Aber ansonsten passt das, denke ich mal, vollkommen. Denn sowohl Messi als auch Ronaldo als auch Robben haben eine unfassbare Saison gespielt. Robben bei der WM sehr überzeugt, wo Ronaldo aufgrund der Verletzung und aufgrund von Portugal nicht so top war. In der Champions-League hat Ronaldo die Champions-League einfach gewonnen. Messi hat zwar nichts gewonnen, aber trotzdem ein unfassbares Jahr gespielt. Und, naja, Robben hat auch die Meisterschaft gewonnen, den Pokal gewonnen. Also meiner Meinung nach vollkommen verdient. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen, wenn wir da ein bisschen diskutieren können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Eventuell kommt heute Abend noch das erste Pack-Opening, je nachdem, ob wir auf Special-Sets kommen. Und, ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.